Während die Helden zu den Wolkeninseln flogen, sorgten die Koboldschergen sich wegen eines rätselhaften Lichtscheins, der plötzlich aus dem Nichts erschienen war. Er umgab die entführte Margaret wie das Licht des alten Weibs, das in den alten Koboldlegenden auf die Erde kommt, um ungezogene Kobolde zu züchtigen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Trine 2. Wir haben aufgehört mit der Wolkenstadt und jetzt sind wir also mit den Wolkeninseln, wo der Koboldkönig ist, glaube ich. Und ja, machen wir einfach mal davor weiter. Mist, das war ziemlich langsam, aber... Mal verstehe ich die Logik sowieso nicht. Beziehungsweise frage ich mich überhaupt, was... Aua. Komm her. Danke. 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 Ich will nix sagen, aber da gibt's schon... Da gibt's schon ein paar Sachen zu machen. Also zum Einsammeln. So ist es nicht. Nein. Hartzroll jetzt. Jetzt ging die Möglichkeit flöten, irgendwo hinzukommen. Geh weg von mir. Brauch dich nicht. Aua. Bitte, bitte. Oh shit. Jetzt alter, jetzt kann ich mich mit der hier gegen den quälen oder was? Ja, ich freeze ihn einfach mal. Ähm, mhm. Alter, okay. Cool. Ich sehe mich nicht. Oh. 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 Ja, komm schon. Ähm, hallo? Okay, und? Nimm das. Oh. Das. Warte. Oh, nimm das. Ähm. Aua. Aua. Na? Ah. Oh, der Magie. Auch schön. Einfach mit dem Magie mal getötet. Sehr schön, sehr schön. Kann ich jetzt eigentlich... Kann ich jetzt eigentlich... Ähm. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, ich wollte es eigentlich zurück. Tue ich... Kann ich wohl aber nicht. Okay, na gut. Ähm. Lassen wir da mal einfach eine Verlängerung ran. Oder auch nicht. Ist schwer, ne? Hm. Hm. Ist schwer. Ähm. Wie wäre es mit einmal so? Einmal so, damit es nicht... Alter, komm schon. Nimm es. So, perfekt. Und jetzt... Ach so. Ja, gut. Okay, dann wäre ich da was. Das ist mit hingekommen. So, jetzt kann ich mit... Was genau... Ist zu schwer, oder? Es gut, ist ganz leicht. Also ist es zu schwer. Na, dann mache ich es so. Mal rein hier. Es ist immer das gleiche. Es hält einfach beim ersten Mal nicht. Oder irgendwann hält es aber nicht. Ich verstehe es nicht. So, fünf Punkte. Was kann ich jetzt machen? Magnetschild. Anstürme. Ja, nehme ich das. Und dann habe ich noch drei Punkte. Die D-Bahn ist für Feindel nicht sichtbar. Die Wirkung hält 10 Sekunden an. Wenn sie die Stilstadt verpufft haben. In Erwägung. Mit doppelter Geschwindigkeit. Das berühren. So, ein Monster. Oder das Angreifen. Beseitigt. So, okay. Cool, Toad. Ja, ich bin mitgegern. Ja, danke. Oh, ja. Gute Idee. Gute Idee. Alter, hast du mich gerade betroffen? Na, warte. So, erledigt, mein Freund. Einfach so. Kann ich die irgendwie halten? Ah, Mist. Ich komme doch nicht. Warum kann ich das nicht? Das reagiert auch sehr langsam. Ich komme da, irgendwie. Ich kann was draufstellen oder so. Was jetzt runterkommt? Ich weiß es ja nicht. So, wirklich funktionieren tut es ja nicht. Na, komm. Einmal aufmachen da. Ah, okay. So geht's auch. Mein Drachen. Komm hoch mit dir. Wie soll ich jetzt ja nicht da hochkommen? Nie im Leben. Aber okay. Oder da runter. Ach nee. So, der Dach ist mal tot. Alter. Das ist... Oh, noch nicht gereicht. Ah, Gott sei Dank. Kann ich da jetzt rein? Ja. Kann ich. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Muss irgendwas, da könnte ich mit dem Hammer runter. Ja, genau. Wunderschöne, wunderschöne Pünktchen. So. Oh, das reicht wohl nicht. Oh, das reicht wohl nicht. Ah, ja. Wohl ihr nicht. Oh. Ich stehe da aber noch eine Kiste drauf. Ach so, jetzt reicht es. Es ist genug da. Okay. Lange Gebel aufgeladen. Ach du Scheiße. Ah, jetzt geht es voran. Ach, wo ist bloß dieser Kobold? Hm, der wird nicht früh genug kommen. Die Waffe würde mich interessieren. Ähm, was die Waffe ist, aber... Das Glas hört man auch. Oh. Ich hasse Flugreisen! Ich meine, da hätten sie auch selbst drauf kommen können, ne? Ein plötzlicher Angriff hatte unsere Helden vom Himmel stürzen lassen. Sie klammerten sich an die Flugmaschine, die auf den Boden zuraste, wo die bösen Kobolde schon lauerten. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oder ich zerquetsche das Weib! Das bezweifle ich sehr. Margaret ist nicht einmal hier. Wir schon. Und wir vernichten dich und deine Höllenmaschine. Ha! Sie soll zwar Städte zerstören, aber wir können auch mit euch anfangen. Oh, das ist nicht gut. Alter, das Ding sieht gar nicht gut aus. Oh, das ist nicht gut aus. Das ist viel zu einfach. Ich glaube, dass das nicht viel zerstören wird. Das wird in der nächsten Version gefixt. Oh. Das ist shit. Mist. Nein. Es ist ungünstig. Oh. Jedes guter Projekt muss vor der Fertigstellung getestet werden. Nicht zu gut sein, muss ich zugeben. So, erledigt. Noch ist es nicht vorbei. Aber damit hier könnte ich zumindest... Oh. Du willst dich verstecken? Nein. Verdammt. Verdammt. Ein plötzlicher Angriff hatte unsere Helden vom Himmel... Ich wollte ja nur... Geht das mit dir auch, mein Gott? Jetzt aber. Komm, sehr schön. Dankeschön. Sehr bitter. Aber es läuft. Das wird in der nächsten Version gefixt. Da gibt es keine nächste Version mehr. Oh, Mist. Jedes gute Projekt muss vor der Fertigstellung getestet werden. Ähm. Ähm. Einfach durchgeschlagen hier. Hat er... Er kann da echt gar nichts machen. Außer die Dinger einsammeln. Eigentlich. Ups. Er ist tot. Pff, nein. Ach, shit. Mist. Ja, die nehmen wir das da eigentlich. Jawohl. Noch ist es nicht vorbei. Ups. 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 Ach, komm schon. Nein. Das ist nicht so nett. Oh. Geht zumindest ein bisschen Schaden gemacht. Ups. 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 So, und jetzt? Hallo? Hallo? Aua. Oh, ich hab so... Du willst dich verstecken? Oh, er sieht mich nicht. Das ist gut. Oder so, ne? Ah, shit. Immer sie. Wie? Ja. Er liegt. Das gewusst hätte. Dass es so einfach ist. Ist er jetzt tot? Die paar Pfeile. Und der eine schwer Typ. Und einmal Hammer. Einmal der Hammer. Wo ist er? Wo ist der Amadeus? Wie ist es? Weezes Kobold-Schergen hat nicht gewagt, sich Margaret zu nähern. Warum, so fragt man sich. Ich kann es nicht fassen. Margaret, bist du da drin? Liebling. Sie sieht genau aus wie diese Kobold-Kunstwerke, die wir überall gesehen haben. Ist sie jetzt eine Kobold-Heilige? Heilige Hausdrachen? Seht nach oben. Das Licht kommt nicht vom Himmel. Trine, du warst all die Zeit hier. Hast Margaret beschützt. Nie wieder rede ich schlecht von dir. Und so waren Amadeus und Margaret wieder vereint. Der Anführer der Kobold-Armee war besiegt und es galt nur noch, sich endlich auszuruhen. Gehen wir heim. Mein Magen hat so geknurrt, ich konnte die Schlachtgeräusche kaum hören. Und ich will fort, ehe uns ein weiteres Abenteuer heimsucht. Ich trau mich nicht, den Sack zu öffnen. Lass mich auf! So nimmt sie ihr Ende, unsere Kobold-Geschicht. Die Gefahr ist gebannt, die Gemahlin befreit. Mehr zu berichten gibt es nicht. Drum ist für uns alle nun Schlafenszeit. Das war's jetzt wirklich. Das war jetzt wirklich Trine 2, the complete story. Das heißt, das zweite Ding da, das wir da gespielt haben, nachdem wir Rosabelle erledigt haben, den Drachen. Das mit den Kobolden, das war jetzt das Adon oder ein DLC oder was weiß ich, ein Zusatz. Ja und das war Trine. Ich meine, es läuft mir so ein bisschen die Gänsehaut runter, muss ich zugeben. Weil, das Spiel schon, also es ist kalt hier in dem Zimmer, wo ich bin. Aber das Spiel an sich ist auch, ja es ist schon sehr gut. Vor allem auch, dieses letzte Satz jetzt, es ist jetzt nun für uns alle Schlafenszeit, das erinnert so ein bisschen. Und auch der Erzähler selbst erinnert so ein bisschen halt an einen Erzähler von einer Geschichte. Und, ähm, ja also wenn man da ein Märchenbuch draus gemacht hätte, wäre das auch vollkommen okay gewesen. Also ich, ich weiß nicht, bietet sicher genug Stoff dafür. Man, also ich meine, die Entwickler von Frozen Bright haben sicher auch das hier, also nicht Entwickler direkt, aber halt die, keine Ahnung, wie heißen die Leute, die die Geschichten, die Storyteller oder so, keine Ahnung. Also die, sie hat die Geschichten einfallen lassen. Die haben ja auch die Geschichte ja einfallen lassen. Also warum könnten die sich nicht auch theoretisch ein, ein, ein Gute-Nacht-Geschichtchen einfallen lassen für Kinder oder so. Aber weg mal von der Theorie, sondern hin zum Spiel. Ähm, ja es ist, es ist wie Train 1. Also du hast diese drei Figuren, diese drei Standardfiguren, die können jetzt ein bisschen mehr als die beim letzten Mal. Ein paar Sachen haben sie gemacht, ein paar Sachen haben sie beim Talentsystem verbessert, sie haben ein paar Sachen grundsätzlich geändert. Wie zum Beispiel, ähm, beim ersten Teil hattest du noch Mana, jetzt konntest du theoretisch Feuerpfeile, Explosionspfeile, Eispfeile, den Hammer und alles weitere eigentlich benutzen, so oft du Lust hast. Auch beim Magier war es kein Problem. Ähm, vielleicht einfach aus dem Grund, weil du konntest im ersten Teil, hattest ja Mana und hast Gegenstände gefunden in Kisten. Und konntest eigentlich zu fast allen Kisten hin, ja, ohne große Probleme. Und da waren so viele Items drinnen, die halt den Mana-Vorrat so senkten, sag ich jetzt mal. Also, oder so erhöhten den Mana-Vorrat, ja, ähm, und den Verbrauch sinkten, dass es eigentlich komplett egal gewesen wäre, ja. Ähm, wenn man da jetzt kein Mana hätte. Und das werden sie sich auch grundsätzlich gedacht haben und gesagt haben, okay, machen wir ein Talentbaum-System, wo du Fähigkeitspunkte bekommst. War auch so ein bisschen wie beim ersten Teil. Gab's ja das auch schon. Aber jetzt hattest du halt noch zusätzlich kein Mana und konntest halt noch ein paar Fähigkeiten mehr lernen, glaube ich. Aber, ja. Aber das Spiel selbst ist schön, also das Art-Design ist unglaublich. Die ganzen Hintergründe, der Vordergrund, also das ganze Art-Design von Trine 2 ist eigentlich, da steht es jetzt nochmal, ist eigentlich cool, ja. Also, da kann man, da kann man eigentlich nicht viel meckern, würde ich jetzt mal behaupten. Und, ich weiß nicht, fängt das jetzt wieder von vorne an? Ich habe leider nicht gelesen. Aber ich glaube fast, dass es wieder von vorne anfängt. Ja, auf jeden Fall, ja, ich meine, die Musik ist stimmig, die Landschaft sind stimmig, die Charaktere an sich sind stimmig, reden vielleicht ein bisschen zu wenig, könnten noch ein bisschen mehr reden oder ein bisschen mehr erzählen. Ich meine, man kriegt alles mit, man weiß, um was es geht, ja. Man weiß auch immer, durch die Zwischenerzählungen, was zwischen den Levels ist, weiß man auch immer, was jetzt als nächstes kommt, was gekommen, also was vorher war. Anhand der kurzen Dialoge, die die Charaktere sprechen, am Anfang des Levels zwischendrin und am Ende hin und wieder, weiß man auch, was sich die Charaktere darin, oh Gott. Okay, weiß man auch, was, ich dachte gerade, der Drucker läuft hier an, jetzt aber, okay. Weil manchmal fängt er einfach an, sich durchzuputzen, warum auch immer. Na, also, man wusste einfach, durch diese einmischwimmelnde Charaktere, durch dieses Reden in den Levels, wusste man auch, was sie gerade denken. Und ja, ich glaube, das fängt jetzt auch wieder von vorne an. Ja, man wusste, was sie denken und so weiter und so fort. Also, ich muss schon sagen, also, sie hätten mehr reden können, aber so wie es auch, so wie es jetzt war, man kann ja eh nichts mehr ändern, passt das schon so. Und wir haben jetzt auch wesentlich mehr Folgen als beim ersten Teil, wenn man vergleicht, der erste Teil hatte, boah, 12 Folgen, wenn überhaupt. Und hier sind wir jetzt doch schon bei, ich glaube, 30, 30 Folgen hatten wir insgesamt, ne, 30 Folgen, jeweils 20 Minuten. Ist schon ein bisschen was, ne? Und ja, ja, also, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen, also, das ist schon ordentlich Zeit, muss ich zugeben. Ähm, ja, gut. Ich wüsste nicht, was ich noch sagen kann, ich bin eigentlich fertig. Ähm, ich lasse es jetzt nochmal kurz hier durchlaufen, bis es nochmal von neu an fängt, weil dann kann ich sie abbrechen. Ähm, ja, wir haben nicht alle Gedichte, wir haben nicht alle Bilder, ist schade, aber ich glaube, man verschmerzt es ein bisschen. Der dritte Teil, glaube ich, ähm, den habe ich noch nicht gekauft, weil er soll angeblich ein bisschen schlecht sein. Der wurde so überhastet, ja, es fängt auf neu an. Ich meine, es ist schön. Nein, der dritte Teil, der war so ein bisschen, der wurde so ein bisschen überhastet, produktiv, also produktiv gesetzt, entwickelt uns, dass es halt schnell draußen ist. Hm. Naja. Okay, ja, wir können jetzt hier, wie im ersten Teil, das habe ich dann auch zum Schluss immer hergezeigt. Kann sich jetzt hier ein bisschen bewegen. Ich weiß nicht. Im ersten Teil konnte man noch ein paar Dinger triggern. Hier, glaube ich, kann man nicht viel machen, außer die Kiste hier zu spüren. Man kann so ein bisschen die Dinger hier hinbewegen. Ich, möglicherweise kann man, das geht nicht, aber man kann, glaube ich, nein, geht auch nicht. Okay. Kann ich das hier zerstören? Weil im ersten Teil konnte ich echt viel machen, aber nö. Ich kann relativ, ich kann eigentlich gar nichts machen. Kann es auch nicht aufheben, da kann ich nicht runtertauchen. Ja, hier fehlt mir schon ein bisschen, ein paar Features fehlen mir schon im Startscreen auch. Also, man kann sich hier mit den Charaktären spielen, das ist keine Frage. Man kann die Fähigkeiten verwenden, die sie, ähm, die man geskillt hat, glaube ich. Genau, man kann, weil, die können jetzt zum Beispiel hier ein Wingscasten, ja, der kann magnetisieren. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen Spielerei, aber okay. So, was kann ich jetzt doch genau, das habe ich am Anfang gemeint, man kann hier, man hat hier die unsere drei Charaktere, vielleicht hat man auch hier, also wären das austauschbare Charaktere gewesen, das wäre natürlich auch noch cool gewesen. Aber das sind natürlich die Gegenspieler, das ist die Isabelle, die ist eh nett. Aber die ist eigentlich, eigentlich ist sie ja böse, weil sie ja der Grund für die, also sie, die Rosabelle ist böse, die hat ja die Isabelle weggesperrt, aber der Wald hat Isabelle aufgesogen und ihre Kraft erzogen. Und deswegen ist eigentlich die Isabelle hier die, auch ein bisschen böse, in Anführungszeichen, das sind hier die Guten, ja, dann ist Rosabelle und hier, ja, ich weiß seinen Namen nicht, aber der Kobold halt. Und jetzt ist auch die Musik weg, das ist auch schön, hier sieht man es, Version 2.0.1, was ich ganz cool gefunden hätte, aber was auch schön gewesen wäre, sage ich jetzt mal. Wenn man hier drei Charaktere hat, eine Diebin, einen Krieger und einen Magier und man hat hier noch mal so drei Dinger, wo man auch sagen könnte, eine Magierin, eine Diebin und, oder auch eine Kriegerin, wäre auch möglich gewesen, eine Kriegerin. Und hier ist auch ein Krieger oder halt auch eine Schurke, passt fast besser zu dem hier, ich meine, sie sieht auch ein bisschen verrückt aus, deswegen passt bei ihr auch. Also hier kann man relativ viel Modum handieren, kann auch ein Magier sein, kann ein Krieger sein, kann ein Krieger sein, passt nicht ganz zu ihr, aber kann auch sein. Also, hätte man schon machen können, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, Erfolge und Extras, wir können nochmal die Erfolge durchgucken. Stehe auf einer Plank und schwebe vier Sekunden auf einem Luftzug. Das fand nicht ich, lass Goblins in einem Level an drei verschiedenen Umweltgefahren sterben. Ja, da gibt es ein paar Erfolge. Ja. Sammler-Gemälde haben wir. Den Drachen hier, kann ich hier, oh Gott, ich kann hier nicht weiter. Wir haben das da, wir haben das da, das haben wir halt nicht. Wir haben den, den Frostriesen, wir haben die verschiedenen Arten dieses Riesens hier, glaube ich. Unter Wasser, pick das hier, Rosabelle. Hier nochmal, Rosabelle, die Böse, umblättern, da fehlen uns auch noch zwei. Ja, und dann haben wir noch die Mumien. Das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war in den Höhlen, glaube ich. Ich bin die Türi und das hört, der Lindwurm, der Drache. Oh, hätte man nochmal umblättern können, okay. Ah, und dann haben wir noch verschiedene Gedichte. Die Pilze, die Pilze, der Finsternis fehlt noch und Rosabelle ist klar geläht, haben wir auch nicht gefunden. Und im Bauch der Bestie fehlt noch etwas, beziehungsweise Wolkeninsel haben wir auch eines verloren. Also eins nicht gefunden oder nicht gesehen. Aber die hören wir uns natürlich jetzt nicht an. Das haben wir jetzt alles schon im Let's Play gemacht. Ähm, ja. Ich würde sagen, das war's. Ich sag einfach jetzt mal, wie laut war das jetzt eigentlich, weil das ist... Ja, okay, es geht's. Ich sag viel, viel Dank fürs Zuschauen. Ja, aber die kann ich, kann ich zumindest mit den... Ne, da geht einfach gar nichts. Das ist ein bisschen langweilig. Ein bisschen langweilig ist es schon. Aber, ja. Vielen, viel Dank fürs Zuschauen. Und, ich würde sagen... Ähm... Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, wieder beim nächsten Let's Play. Vielleicht auch bei 2.3, ich weiß es nicht. Schau mir einfach mal. Aber, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen auch. Ich mein, das ist... Das Artisan ist doch traumhaft, oder? Ich mein, hallo? Das ist, das ist doch wunderschön. Ich mein, es ist vielleicht hier hinten ein bisschen nicht ganz so ultra HD, aber es ist stimmig, es passt. Man hat hier einen aktiven Vordergrund und einen inaktiven, passiven Background, der super die Stimmung einfängt. Es ist traumhaft. Na gut. Wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis dann. Baba.